herzlichen willkommen zu einem weiteren video von linux windows und mac hilfe heute ist es ein großes video ja ich grüße euch alle da draußen frohe weihnachten euch allen sorry für die für das relativ späte video ich war einfach gestern viel zu sehr mit geschenken einpacken und so weiter und sofort beschäftigt im überhaupt ein video daraus zu machen jetzt ist es da ich hoffe es wird euch gefallen trotzdem relativ spät ist ich hätte heute morgen hochladen sollen aber habe es denn irgendwie nicht wirklich gemacht weil ich irgendwie bis auf zu faul war und wirklich auch vergessen habe zum teil ich wünsche euch frohes fest feiert schön und was gibt es bei euch heute abend zu essen bei mir gibt es klassisch kartoffelslatten und würstchen ja genau und morgen fahr ich zu meiner oma das heißt morgen bin ich nicht zu erreichen werde aber versuchen online fragen zu beantworten wenn jemand welche hat und auch auf das giveaway werde ich noch hinweisen dass bald folgen wird aber dazu in dem video mehr ich hoffe es hat euch gefallen frohe frohe festtage wünsche ich euch euer linus von linux windows mechilfe tschüss zusammen ciao und